Wir sind in einem XXL Horrorhaus gefangen und wir müssen heute probieren auszubrechen. Schaut ein bisschen mehr, um zu erfahren, ob wir es schaffen können. Los geht's! Guck mal hier, was ist das für ein Monster? Zeig mal. Was ist das denn? Leise, 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 das schläft, oder? Wir können, glaube ich, die Tür aufmachen, ne? Können wir das angreifen? Lieber nicht. Ne, wir... Oh, oh mein Gott, oh! Alter! Du hast mich geschlagen. Aus Versehen, aus Versehen, das sind Schnecken. Das sind Schnecken, ne? Guck mal, guck mal, locker ist in einer der Türen, da müssen wir locker rein, da ist locker ein Knopf. Ja, blöden Schnecken. Okay, hier ist ein Rivercock drin, aber hier ist nichts drin, auf jeden Fall. Geh weiter, auf jeden Fall, du musst weitergehen einfach. Ja, 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 mal gucken. So, hier ist... Hier geht's weiter, hier geht's hoch. Und hier ist aber nichts. Das heißt, ich glaube, hier müssen wir irgendwo einen Hebel finden. Ja, locker ist locker. Unten vielleicht ein Wasserhebel? Irgendwo ist hier ein Hebel, ja. Ja, ich glaube, hier ist noch eine Tür. Einen Schnecken, eine nur, ne? Und hier ist ein Hebel. Ja, sehr gut. Letztes locker oben frei. Oder ist er oben frei? Ne, du hast ihn doch gar nicht umgelegt, oder? Doch, klar, habe ich ihn umgelegt. Ich glaube, wir müssen mehrere Hebel finden, das ist das Ding. Ach so, aber in den anderen Zellen war doch gar nichts. Ich gucke nochmal in die anderen Zellen rein. Ja, vielleicht haben wir es einfach nur noch nicht gesehen. Oh mein Gott, hier ist ein Feuerdings drin. Was ist da? Feuerdings gespawnt. Und da ist die Tür aufgegangen, bei der ersten Tür. Was auch? Oh ja, du hast recht. Aua. Oh Gott, schnell. Aua, ich kann nicht hauen. Aua. Ich habe ihn geschlagen. Okay, ich habe zwei Herzen. Oh Gott. Ich habe drei Herzen. Okay, jetzt ist hier etwas aufgegangen. Und zwar hier ist ein Hebel jetzt. Und Dicke wird es drücken. Das siehst du, läuft doch so, oder? Okay, dann geht es hier schön lang. Und jetzt ist es oben offen, ne? Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht? Ist hier immer noch einer? Irgendwo in einem anderen Raum wahrscheinlich gerade. Ja, ja, das hilft in einer anderen Zelle jetzt. Und zwar in dem hier locker. Ah. Ja. Oh. Nein. Das glaube ich nicht, als wenn du erwischt wurdest. Okay, drück mal den Hebel oben, der da unten ist. Und los. Okay. Oh, jetzt ist es locker aufgegangen hinten, ne? Ja. Jetzt ist, ja, jetzt ist es oben auf. Ja. Sehr gut. Also in der Weg nach draußen, ich höre doch schon die Vögel zwitscheln. Und Skorpion. Oh, Skorpion. Kann der piksen? Ja, der kann piksen. Pass auf, der kann nicht mehr giften. Sehr gut, sehr gut sehen. Alles gut. Ist hier noch irgendwas? Hier ist eine kleine Schnecke. Aber die macht nichts. Was? Die ist ganz freundlich anscheinend. Kann man hier runterschwimmen? Oh mein Gott, wo bin ich? Hä? Was hast du da gefunden? Hier ist ein Hebel. Ich bin einfach reingegangen. Loin, das war schon direkt der richtige Weg. Nee, nee, nee. Nicht ganz. Das war nur ein Hebel. Nur ein Hebel war das. Ja, ich meine, aber du hast direkt erkannt, dass das ein Hebel ist. Aber hier? Da hinten jetzt. Da hinten jetzt. In den Wasserfall rein. Warte, hier ist auch was aufgegangen, ne? Hier kann man so durchgehen. Ja, hier muss das irgendwo. Und hier ist ein Checkpoint. Das heißt, hier muss man lang. Ach so. Und hier ist jetzt auch ein Parcours. Ach so, hier lang. Okay, dann kann ich hier rüber springen. Schön die Parcours machen. Okay, ich bin rüber gesprungen. Hier ist die wieder zum Reden. Oh mein Gott. Und wir haben Neverite-Schwerter. Das beste Schwert, das man haben kann. Oh Gott, Zombies. Hau mal ab hier jetzt. Und dann gibt es zwei Essen noch hier drin, ne? Was sagt sie jetzt? Wir sind noch gut dabei. Und das ist ein gutes Schwert. Das wird uns helfen bei meinem Kommen. Okay. Okay, also anscheinend kommt da gleich irgendein Monster oder was? Anscheinend, das finde ich crazy. Genau, lassen wir hier weitergehen. Ich glaube, hier können wir... Ja. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Hier geht es rüber. Ich habe Angst, hier lang zu laufen. Und hier ist... Oh nein, wir haben glaube ich einen Hebel. Da ist ein Hebel. Oh nein. Ja. Ja. Oh. Optimal. Hinter uns. Oh mein Gott. Alter, wo kommt ihr her? Alter. Okay, Neverite-Schwerter ist gut. Das Schwert ist sehr, sehr gut. Das ist echt richtig gut. Was ist hier? Irgendwas muss hier sein. Irgendwas muss hier sein. Komm hier durch, geh nicht einfach? Nee, wir haben irgendwas übersehen. Nee, ist ein Knopf. Hä? Hast du ihn gedrückt gerade? Nee, habe ich nicht gedrückt, habe ich nicht gedrückt. Okay. Okay, sehr gut. Rücke ich jetzt. Jetzt ist was aufgegangen. Ja, habe ich gehört. Dann wieder zurück, oder? Das war doch hier hinten im Raum. Nee, war das, glaube ich, direkt hier oder nicht? Hier oben ist jetzt was auf, oder? Konnten wir hier oben auch schon lange geben? Nee. Warte, ich komme. Ich hänge wieder fest im Spinnnetz. Hier ist eine Treppe oben. Hier ist eine Treppe oben. Ist wieder zu! Okay, warte. Du musst direkt drücken und dann nochmal. So, ich komme. Jetzt sprinten, jetzt sprinten, schnell. Ich sprinte, so schnell es geht. Los. Ich komme, Kaspar. Nein, zu, Bro. Wie, zu? Ja, das kann ich gar nicht schaffen dann. Ich bin direkt zugegangen. Ja, jetzt schaffst du's. Los. Oh mein Gott, ich gehe so schnell, ne? Ja, Alter. Ich ging einfach schneller zu als geplant. So, Checkpoint. Wir geschnappt. Und jetzt müssen wir hier irgendwo ausbrechen, ne? So, okay. Glaub aber, ich gehe mal ins Wasser rein. Oh mein Gott, das ist richtig tief. Das sind Wasser, Zombies, Kaspar. Oh Gott, Aua. Unter Wasser. Aua, Bro, den Snap, ich bin tot. Die sind krass, ne? Die sind krass gut. Ja, wir müssen aufpassen, müssen aufpassen. Wir müssen irgendwo eine Höhle finden oder ein Loch oder sowas. Irgendwas schiebt die Rezepte ab. Alter, die sind da Rezepte. Ja, ich weiß, den hau ich jetzt, den hau ich jetzt. Das sind zwei, die mich mit Rezepte abschießen. Ich hab ein Herz, ich hab ein Herz. Ich kann jetzt machen, Alter. Ich bin schon wieder tot. Bam, 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 ja. Da war irgendwo einer, oder nicht? Ist da, ne, das war's. Ist da ein Knopf irgendwo? Aber hier, hier kann man irgendwo durchgehen. Ja, da muss ein Knopf sein. Da muss ein Knopf sein. Nein, von diesen Wänden muss ein Knopf. Ja, hier. Zack. Ja, sehr schön. Ab nach oben. Ab nach oben. Jetzt ist hier eine Treppe. Ja, okay. Weiter geht es jetzt hier, ne? Oh, das sieht echt richtig verrückt aus, gerade. Hier? Wasser? Oh, warte mal. Hier brauchen wir, glaube ich, wieder irgendwo einen Hebel. Knopf oder sowas. Nee, hier kann man nicht tauchen. Hä? Hier ist doch ein Hebel, du blinden Fisch. Sag mal, hab ich übersehen. Ah, lol. Oh, die blöde Schnecke. So. Hast du umgedreht? Ja, und jetzt? Was ist jetzt aufgegangen? Oben, eine Treppe, eine Treppe. Parcours, hier ist ein Parcours, hier ist ein Parcours. Ui. Optimal. Dann können wir hier schön rüber gehen. So. Okay. Auf jeden Fall wieder gruselige Geräusche am Start, ne? Ja, safe, safe. Oh, dunkel und Hebel. Aufgemacht, die Tür. Wieder Gefängnisse hier, ne? Es kommen wir doch nicht vor. Achtung. Alter, ich bin bereit für den Kampf. Nein, ich bin bereit. Ich bin bereit für den Kampf. Ist hier irgendwas auch so dunkel jetzt? Ist hier ein Hebel, ein Knopf oder was? Irgendwas passiert jetzt locker, irgendwas passiert jetzt locker. Ja, safe, safe. Irgendwas muss passieren. Oh. Ja, aufgegangen. Hierhin aufgegangen. Okay, sehr gut. Oh, lol. Okay. Und jetzt? Hier kann man durchgehen oder so. Hier ist locker irgendwo ein Hebel versteckt. Ja, ja, safe. Nein, dieser Wasserfälle. Hier ist ein Stein davor. Oh mein Gott, hier geht's rein. Hier geht's rein, hier geht's rein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir jetzt hier, hier lang gehen. Ui, und hier ist eine Kiste mit Minecraft. Ah, lol. Guck mal. Hä? Lol. Und jetzt? Ist das der Weg nach draußen? Los, einsteigen. Geht nicht. Warte mal, ich zeige mal, wie das geht. So geht das. Und? Ah, man muss die eigene platzieren, ne? Wow. Oh mein Gott, wo geht das hin? Okay, warte, ich komme. Ich komme, Kaspar. Ich komme. Wow. Ist das der Weg nach draußen? Oh Gott, Lama. Ey, das sieht ja richtig verrückt aus. Checkpoint. Das sieht richtig crazy aus. Und, äh, Checkpoint. Wuhu. Okay, dann müssen wir hier einmal den erledigen, glaube ich, ne? Den ist schnappig. Ist da auch nur was? Ja, hier können wir reingehen. Hier können wir reingehen. Oh nein. Noch mehr Zombies. Ab da. Licht. Ja. Oh, das ist Licht. Oder? Auf jeden Fall. Komm schon. Komm schon, bitte. Lass uns raus aus dem Haus. Ich will hier raus aus dem blöden Haus. Ja. So, ich gehe nach oben. Ist das der Ausgang? Und? Wir sind schon wieder hier im Haus. Wir sind schon wieder im Haus. Das ist schon mal sehr gut. Hä? Hier ist doch... Hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Ja, da muss ein Knopf sein. Da muss ein Knopf sein. Okay, warte. Dann komme ich kurz noch am Hebel. Und Tatsache, ein Hebel... Ne, ist ein Checkpoint. Du musst hier lang, glaube ich. Checkpoint. Okay, ja gut. Oh mein Gott, hier ist ein Lavafeld. Hä? Nein. Und hier ist ein Knopf. Okay. So. War das jetzt was? Ich mache gerade Parcours. Und Spreng. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich hier einen Hebel umgesetzt. Ich weiß nicht, wofür der gut war. Oh. Oh, ach so, der hat mir unten. Das ist ein permanentes Ding unten. Okay, das war nur für ein Hebel hier. Ui. Guck mal, hier kann man durch die Tür jetzt hier nämlich gehen. Und hier gibt es auch wieder mehrere Wege. Das heißt, hier ist wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Hebel. Das ist auf jeden Fall echt krass gebaut, muss ich sagen. Und hier ist... Kein Hebel. Alter, das ist aber... Wir sind mit vollem Herzen vom Haus, ne? Was ist das hier für ein Gruselhaus? Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall gleich hin, wenn wir das andere was anderes gefunden haben. Ja. Also habe ich das Prinzip von der Map langsam verstanden. Hier kann man durchgehen. Hier lang. Hier ist wieder die Frau. Das Haus wird dich immer versuchen zu ertappen. Locker mit einem von den Wursaheads, ja. Auszutricksen. Ja, auszutricksen. Ja, du hast es gemacht schon. Das war es schon. Ehrlich? Ja, das war locker ein Trick mit den Köpfen. Okay, dann lass ich wieder zu unserem Raum hingehen. Ah, guck mal. Jetzt ist hier alles offen, ne? Jetzt können wir nämlich die Ease durchgehen. Mal gucken. Hä? Ich bin nur auch bei dir gerade gekommen. Da waren zwei Wege die gleichen. Oh mein Gott, die schöne Hexe. Ja, hier geht es lang. Nein! Hier links müssen wir nicht gehen. Mach zumal dann hier lang. Das war voll der Trick einfach. Und hier geht es nämlich hoch. Und jetzt bin ich schon auf der nächsten Etage. Und hier können wir es nämlich wieder durchgehen. Ui. Das ist sehr gut, ne? Weil jetzt können wir nämlich hier vorne den Checkpoint holen. Sehr gut. Okay, dann geht es hier schön erst mal rüber. So. Weiter, ja. Und den Hebel. Und der Hebel hat jetzt irgendwas verändert. So, dann lassen wir zurückgehen jetzt hier. Mal gucken. Ne, warte mal hier in der Ecke. Hier ist Zombie. Ah, ja hier kann man hoch. Hier kann man hoch. Ehrlich? Ich komme, ich komme. Kasper. Weg da. Hau mal ab hier mit deinem... Ey, die wirft mich. Schmeiß mit Getränk. Wo hast du, wo bist du hingegangen? Ach, da. Hier kann man hoch. Okay. Jetzt müssen wir dir den Knopf drücken und dann bleib hier. Okay, ich mache das kurz und dann musst du diese Bücherregale wieder den richtigen Weg finden. Genau, dann sind wir nämlich nach oben gegangen. Dann haben wir schon fast geschafft. Ah, hier ist ein Hebel. Ich lege um? Ja, genau. Ah, hinterhalt! Du hast alles umgelegt. Ich gehe jetzt mal beim Spinnen jetzt wieder rein. Oh, die Mini-Zombies. Und ich gucke jetzt mal... Out up, ja! Out up! Das heißt, wir müssen eigentlich nur eine Leiter finden. Oh mein Gott, Zombies! Hexen! Ich habe alle besiegt. Oh mein Gott, ich bin verhext. Okay, warte mal. Ich sehe, hier ist eine Leiter. Bei mir, bei mir, bei mir. Ah ja, okay. So, jetzt bin ich schon wieder auf der nächsten Etage. Du drückst schon mal den nächsten Hebel. Ja, mach schon mal. Oder nee, warte mal. Ich würde noch einen Weg nach draußen finden. Wo war die Leiter? Da, wo du jetzt raffst. Da ist richtig. Ah ja, okay. Und dann kann man hier nämlich runtergehen? Okay, wir müssen anscheinend runtergehen, ne? Anscheinend. So, wenn die Samen sollen runtergehen, dann machen wir das nochmal. Dann kann man hier, glaube ich, den nächsten Checkpoint... Ja, Checkpoint. Wo führt der Weg hier hin? Sag mal. Oha! Loil! Okay, das sieht richtig crazy aus, ne? Unten lang, aber unten kann man nicht langen. Jetzt kann man nämlich hier den Hebel drücken. Ja, und hier ist auch noch ein Hebel. Zack. Und? Ja, unten ist locker aufgegangen. Jawohl. Und hier kann jetzt landen. Jawohl. Okay. Geht das jetzt hier nach draußen? Ich hoffe doch. Noch ein Hebel. Okay. Ich höre eine Spinne. Zurück. Gehe auch. Gehe auch wieder zurück. Äh. Hä? Oha! Ein Skorpion, Alter! Alter! Pass auf! Lass dich nicht stechen von dem Ding. Okay, hab ich, hab ich, hab ich. Irgendwas ist hier aufgegangen jetzt hier oben. Ja, eine Tür rechts. Oder ne? Ne, hier geradeaus weiter. Hier die Decke. Der Decke. Stimmt, stimmt. Du hast recht. Okay. Alter, hier ist locker ein... Okay, hier müssen wir jetzt wieder irgendwas finden. Hier muss wieder irgendein Hebel sein. Ah! Guck mal, hier ist ein Knopf hinter der Laterne. Oh! Jetzt ist es aufgegangen. Jetzt können wir hier easy durchgehen. Ach so! Rüstung schnappen. Guck mal. Oh, aber nur einmal. Stimmt, nur einmal, ne? Ja, und jetzt? Was soll ich machen? Na, ganz toll. Ähm, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich höre hier auch schon ganz gruselige Monster. So, zack, zack. Ich höre mal. Hier hinter diesem Raum. Ich gehe mal rein. Ich glaube, hier ist so ein richtig fettes Monster, außer wir jetzt vielleicht bekämpfen müssen. Ja, hier ist Checkpoint. Ehrlich? Oh mein Gott, hier lacht einer. Was ist das? Oh mein Gott, ich mache gerade den miesen Jump'n'Run. Okay, auch Checkpoint. Nein! Au, 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 au. So, Jump'n'Run jetzt hier. Nein, so knapp, Bro. Der letzte Sprung. Ah! Mann! So, okay, ich habe es. Hebel umgedreht. Ja, jetzt ist auch der Weg wieder zurück. Okay. Das war schon mal Nummer 1. Alter, das wird immer lauter. Hörst du das? Immer lauter. Das ist irgendein krasses Monster, glaube ich, gerade gespawnt. Ganz, ganz krasses Monster ist, glaube ich, gerade gespawnt. Okay, was hast du jetzt? Das Hebel umgelegt. Das heißt, irgendwo, ja, safe. Irgendwo muss jetzt hier noch eine zweite Tür aufgegangen sein. Hier unten, Digga. Ich schwöre dir, das hat hier mit zu tun. Hier ist noch drauf, Bro, ich sehe ihn nicht. Ehrlich? Oh mein Gott, der ist so gut versteckt gewesen. Ey, jetzt ist, ich glaube, immer wenn es dunkel ist, kommen eigentlich Monster, ne? Ist das schon bewusst? Lass mal nach oben, lass mal nach oben. Ist da irgendwas aufgegangen? Ähm... Das war ja eben nichts. Ja, da leuchtet irgendwas, oder? Nein, du musst jetzt aufgegangen. Stell noch mal auf den Knopf. Jetzt, bam. Oh mein Gott, das war's. Alter, der greift dich an. Oh mein Gott. Wo kommen der her? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Vieh? Ja, sehr gut. Der kam hier, der kam hier aus dem Weg raus. Oh mein Gott, das ist so dunkel, Bro. Ich bin rechts. Was? Seelensand. Wo fahre ich hin? Wo fahre ich auch hin? Ich bin im Wasser gefallen. Ich bin einfach, ich bin so weit schon. Du musst in der Mitte nehmen, in der Mitte. Mitte, Mitte, ne? Ich bin in Lava gefallen, leider. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Oh mein Gott, ganz viele Zombies hier in einem Kerker. Alter, Seelenstein. Ah! Oh Gott. Was ist bei dir? Ich bin, ich verbrenne. Wie? War das doch der falsche Weg? Mein Kart hat irgendwie kurz Lava berührt, oder so. Jetzt ist es weg. Oh, warte, ich komme. Ja, Checkpoint. Alter, den lang geht nur die Fahrt. Alter, das ist doch richtig krass. Die geht mega lang. Du musst auch noch richtig lang fahren. Nee, nee. Alter, ich bin, oh, ha. Voll viele Zombies auch hier, ne? So, komm schon. Komm ran hier. Ich habe auch Lava. Ich habe auch den ganzen Feuer berührt. Ich sehe nichts. Am feuern, okay. Sehr gut. Am feuern. Alter, das hört mich auf. Und da bist du. Ja, und den Checkpoint schnappen. Und hier oben können wir jetzt hoch. Und geht's da raus, bitte? Ich hoffe, dass wir hier rauskommen jetzt. Es muss jetzt hier rausgehen aus diesem Gruselhaus. Aus dem krassesten Horrorhaus. Ja, ja, hier können wir jetzt hochgehen. Oder? Oh, wir sind so gut wie draußen, Kasper. Ja, komm, da fehlt nicht mehr viel. Nur die Harten, wir kommen in den Garten. Aber echt, hier vorne ist eine Tür noch für die Kirche. Ja, genau. Lass mal in die Kirche reingehen. Und hier kann man... Hier, hier ist sie. Du hast fast geschafft. Du musst vier Hebel finden auf dem Friedhof. Okay. Ich habe einen, oder? Hast du es aufgemacht eben? War es hier unten drin? Nee, ich war nirgends. Da kommen wir her, Bro. Sag mal, hast du Alzheimer oder was? Da kommen wir her? Du vergisst ja immer die Sachen direkt. Ja, stimmt. Wie schnell vergisst du das? So, ich gucke... Ja, sah neu aus. Sah neu aus. Okay, ist hier ein Hebel? Also, ich glaube, die Hebel müssen... Hier geht es runter. So, und hier ist ein Hebel. So, ich habe schon mal einen umgelegt. Das heißt... Okay, Nummer eins. Schon mal einen gefunden. So, und hier oben ist auch nochmal... Ich glaube, ein neuer Hebel. So. Oh, sehr gut. Zwei Stück schon. Okay, jetzt haben wir schon zwei Stück gefunden. Ich habe auch nicht einen gesehen. Ich habe zwei Stück gefunden. Du hast auch gar nichts gemacht. Du hast auch gar nichts beigetragen. Oh, warte mal. Hier ist ein leeres Grab. Oh Gott. Ich hätte gedacht, dass da ein Hebel drin ist. Locker ist hier noch was. Irgendwo hier hinterm Baum oder so. Aber auch nicht. Hier hinterm Grabstein. Ja, ich wusste es. Ich habe auch einen Hebel. Zack. Hinterm Grabstein? Nummer drei umgelegt. Ja, hinterm Grabstein. Das ist ja... Wow! Oh Gott, die sind auferstanden aus dem Grab gerade. Warte mal. Hier ist ein leeres, hier ist ein offenes Grab. Oh doch, hier geht es runter. Hebel. Ist da noch einer? Oh. Ja, ja. Hast du gehört? Hier in der Kirche ist es aufgegangen. Okay. Überall sind Zombies. Ich weiß. Hier runter, hier runter, hier runter. Jetzt rechts. Okay, ab geht es nach unten. Oh mein Gott, die sind krasse Kisten. Wir haben es. Antiker Schutt. Wir haben es. Diamantenrüstung. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Happy Halloween. Let's go. Wir sind entkommen. Sehr schön. Wir sind entkommen. Wuhu. Das soll es auf jeden Fall gebeten sein. Ich hoffe, ich habe euch zwei Parts gefallen, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von der Werze möchtet. Checkt euch hier das Video aus. Einfach raufklicken. Auf drei bis morgen. Ciao, ciao.